Hallo ihr Lieben, der Rizzo hat heute wieder ein Türchen für euch zu öffnen. Nein, es gibt kein Gläschen Rotwein. Und zwar habe ich noch was richtig cooles für euch. Und zwar, schaut mal her, Umami. Umami, der fünfte Geschmackssinn, gibt euren Speisen nochmal so diesen extra Pfiff. Ein mega geiles Gewürz, salzfrei auf jeden Fall, was richtig schön reinballert in euer Essen. Also ihr Lieben, viel Spaß damit. Umami, mein Geschenk für euch. Viel Spaß und immer schön Rizzo bleiben. Und ich, ihr Lieben, trinke erstmal noch einen Schluck Rotwein. Also, zum Wohle, salute, ciao.